In diesem Video zeigen wir, wie Sie Ihre LED-Beleuchtung über Amazon Alexa per Sprache steuern können. Der einfachste Weg funktioniert aktuell über ein Amazon Echo Plus oder ein Echo Show. Diese Echo-Geräte können beide direkt über das Zigbee-Funkprotokoll kommunizieren. Wir benötigen hier also nur einen passenden Zigbee-LED-Controller wie den LK-115U von LED-Studien. Der LK-115U kann verschiedene Arten von LED-Bändern steuern, also zum Beispiel RGBW-Farb-LEDs, aber auch einfache weiße LED-Bänder oder solche mit einstellbarer Farbtemperatur. Im Folgenden setzen wir RGBW-LED-Streifen ein und verwenden ein Echo Plus der ersten Generation zur Steuerung. Zu Beginn ist es wichtig, dass wir den Controller in den richtigen Modus setzen. Dazu sind kleine DIP-Schalter angebracht, die wir in die Stellung für RGBW bringen. In diesem Modus wird der Controller von Alexa als Leuchte mit Weiß-Modus und extra Farbeffekten erkannt. LED-Bänder und Netzteil werden wie gewohnt am LED-Controller angeschlossen. Das rote, grüne, blaue und weiße Kabel an die entsprechenden Controller-Ausgänge sowie das schwarze Kabel an das gemeinsame Plus. Der Controller hat einen zusätzlichen Ausgang für ein zweites Weiß, der bei RGBW aber ungenutzt bleibt. Ist alles miteinander verkabelt, kann der Controller in Alexa integriert werden. Die LED-Installation muss hierfür natürlich eingeschaltet sein. Wir können nun Alexa nach neuen Leuchten suchen lassen. Alexa, finde meine Geräte. Gerätesuche wird gestartet. Dies kann einen Moment dauern. Drücken Sie jetzt fünfmal hintereinander die PROC-Taste am Controller. Dies setzt den Controller zurück und macht ihn für Alexa auffindbar. Wenn die Alexa-App den Controller findet, blinken die angeschlossenen LEDs deutlich sichtbar auf. Alexa beendet die Suche nicht sofort, sondern sucht noch eine Zeit lang weiter nach neuen Leuchten. Anschließend meldet Alexa das Ergebnis der Suche. Ich habe erste Licht gefunden. Du kannst das Gerät steuern, indem du sagst, schalte erste Licht aus. Alexa, erste Licht auf 100%. Okay. Alexa, erste Licht auf 1%. Okay. Zusätzlich können wir die Alexa-App öffnen. Die neue Leuchte kann in der App zum Beispiel umbenannt und einen Raum zugewiesen werden. Ab sofort lassen sich die LEDs über diesen Namen steuern. Probieren Sie zuerst die Funktion der App. Testen Sie anschließend verschiedene Sprachbefehle. Alexa, Deckenlicht auf 50%. Okay. Alexa, Deckenlicht auf rot. Okay. Alexa, Deckenlicht auf warm-weiß. Okay. Alexa, Deckenlicht dunkler. Okay. Alexa, Deckenlicht aus. Okay. Natürlich können auch neue Lichtszenen erstellt und per Sprachbefehl aufgerufen werden. Beim Aus- und Einschalten merken sich die Controller die jeweils letzte Einstellung. So können Sie auch weiterhin normale Lichtschalter einsetzen. Wir machen. Okay. Vielen Dank.